Ja, kleine Vulkanis. Dann geht es auch schon los mit Adem vielleicht. Hast du das? Ja. Hast du es ausgedacht? Das breit aber noch. Ja, keine Ahnung. Muss jetzt gehen. Das sind zwei Kamerastellen da. Ja, jetzt geht es. Uh. 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 Uhuh. Oh, cool. Da sind zwei Kamerastellen da. Der nächste? Was ist da? Warte, 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 warte. Jetzt, mach sie weg oder mach sie weg? Warte, warte, warte. Das ist schon. Ich bin gemmere. Ich bin gemmere. Musik,bald Leute, woher du wieg ist? Ja, warte, warte Warte, warte. Warte, warte. Jetzt kommt das Nächste. Hey, spinn dir oder was? Scheiße. Gut. Mulcahn. Mulcahn muss noch ein bisschen näher gehen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Scheiß Dinger also, was ist das eh? Warte, weg. Warte, weg. Warte, weg ein bisschen hier. Ander Seite ist das, anderer Seite. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Nächste. Warte, nächste. Schnellere. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Jetzt kannst du gehen. Geh auf und kick den erstmal weg. Geh auf dem Potente und kick den weg erstmal. Jetzt kommen Nächste. Nächster Stopp. Es stimmt auch immer so gut. Wir sind mal wie cool. Nächster Stopp. Es stimmt. Nächster Stopp. ... 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 So, das war jetzt was ich für die Verdeckung mal wieder, Böllal mit Püradiknall. Die Ente fliegt auch schon da rum, also bis dann. Die Verdeckung wollte ich mal hier sehen, mit Schwänen leider, warum der Maxi-Rakete funktioniert. Also weg! Schönen Hammer, oder was?